As-salamu alaykum. Ich heiße Chemlin, gehe in die 11a und bin Schülerin der Deutschen Internationalen Schule in Dubai. Ich beantworte die Frage, wie regt sich Ramadan auf unser alltägliches Leben aus? Wir Muslime verzichten während des Ramadan-Monats nicht nur auf das Essen und Trinken, sondern auch auf unsere gewohnte Lebensweise. Vor allem hier in den VAE werden bestimmte Maßnahmen ergriffen, um uns diese Fastenzeit zu erleichtern. Die Arbeits- und Schulzeitwellen gekürzt und Restaurants sind unter bestimmten Bedingungen geöffnet. Wir widmen uns vielmehr unserer Religion und zeigen dies durch das häufige Besuchen der Moscheen. Jetzt während der Corona-Krise sind wir in diesem Bereich natürlich eingeschränkt, doch dies soll uns nicht daran hindern, den Monat mit viel Freude und viel Motivation zu meistern.